Hallo meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. So, wir haben jetzt in der letzten Folge den Bericht abgegeben, was bei den Schürferlagern los ist, wie viel die geschürft haben. Genau, und jetzt hat Kommandant Garont hat mir einen Brief ausgehändigt, dass wir als Beweis reichen. Damit kann ich zu lauten Tagen zurückkehren. Genau, heißt, wir werden wieder mal den Pass überqueren, aber nicht alleine. Denn wir machen es mit Jego zusammen. Ich hoffe mal, das klappt gut. Nicht, dass wir dann in den Horden von Orks reinlaufen, was ich... Hm, das könnte ich mir schon gut vorstellen. So, haben wir nochmal Mana erreicht? Drang der Geschwindigkeit habe ich nur noch zwei? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, mit Jego da jetzt schon abzuhauen. Na gut, egal, wir probieren es einfach mal. So. Geschwindigkeitsrang rein und Abfahrt. Guck mal, da ist es... Jetzt laufen wir voll lang. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo muss ich denn hin? Ich laufe total falsch. Na gut, also nochmal zurück. Lasst mich in Frieden. So. So lange ist der Weg gar nicht zu Tego. Naja, müssen wir halt den gleichen Weg machen wie Bilgort, gell? Wie mit Bilgort. Boah, es sind hier viele Orks. Guck mal, hier wäre noch eine Hütte gewesen. Äh, eine Höhle. So. Na gut, ich habe gedacht, die lassen schon ab, aber nö. Jetzt lasst mir hier los. Ich möchte zu Tego. Ich habe keine Lust weiter zu laufen. Oh ne. Wie lange laufen die dann hinterher? Jetzt. Wenn wir stärker sind, müssen wir auf jeden Fall nochmal herkommen und... aufräumen. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Lernpunkten machen soll. In Stärke investieren. Oder einfach nochmal den Zweihänder erhöhen. Wir können einfach den Zweihänder erhöhen. Nun gut. Hey, du. Ähm. Komm mal mit. Komm mit. Alles klar. Okay, der folgt mir jetzt. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie lange laufen wir? Ja. 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 Wir könnten einfach rechts ums Lager rumlaufen. Oder wir laufen... Naja, so. Oder wir müssen nicht bei den Orks vorbei. Oder wir laufen halt ganz um den Pass rum. Also heißt es beim alten... neuen Lager vorbei. Bei der Eiswüste und so. Ich glaube, wir laufen lieber... Wir laufen lieber so, wie wir mit Bilgott gelaufen sind. Das Doofe ist halt bloß, dass unser Trank noch aktiv ist. Nun gut. Wir laufen hier mal hier lang. Weil das sind halt schon ziemlich viele Orks. Wäre es nicht so viele Orks gewesen, hätten wir den Kampf zu zweit aufnehmen können. Aber bei so einer Masse von Orks. Hilft eigentlich mit, oder was macht der? Och, Tego. Andererseits ist halt sein Bob schon ziemlich stark, gell? Hm. Wollen wir es... Na, das sind halt richtig viele Orks da. Oh ja, was war das? Komm, wir probieren es einfach mal kurz. Ich denke mal sogar nicht, dass wir das schaffen würden gegen die Orks da, aber... Wenn der gute, kritische Treffer macht mit seinen... Mit seinem Bogen. Ist halt ein Fail. Hier. Hallo. Och, Tego. Was will er eins von diesen Drecksviechern? Oh doch, was? Okay. Nevermind. Hau die alle um. Aber nicht mich. Nein. Hä? 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 Oh, da ist er gleich tot. Hast du einen Trank? Oh, ich hoffe mal, der hat noch viele Tränke. Na gut. Nichts zu holen. Dann sind immerhin diese Orks mal weg von dem Pass. Ist das wieder volles Leben? Gut, ich hoffe mal, der hat unendlich Tränke. Dann können wir eben sicher einen Trank geben. So, okay. Und der Trank der Geschwindigkeit ist auch vorbei. Na gut, ich würde sagen, wir probieren es doch hier mal. Den Weg hier uns durchzuschlagen. Weil der Weg ist ja doch einiges kürzer. Aber natürlich kann er jetzt so länger dauern. Und diese Höhle scheint von Goblins besetzt zu sein. Links, rechts, rechts, links, links. Naja, wenn wir stärker sind, werden wir sowieso nochmal alles niedermetzeln. Das ist natürlich klar. Bist du lebensmüde? Geh bloß nicht zu nah an die Burg. Ach, ist das dein Ernst? Och, Mann. Vielleicht kommt Diego, lass den langlaufen. Och, nee. Sag mal, hörst du mir nicht zu? Nicht zu nah an die Burg. Okay, der mag nicht. Och, Mann. Ja, Diego, wo sollen wir denn sonst langlaufen, bitte? Du bist ja doof. Dann gehen wir eben hier in den Wagen vorbei. Ich fühle mich richtig schwach neben denen. Also ich glaube, bei der Burg wäre es der bessere Weg gewesen. Ich weiß halt nicht, wir können uns halt auch nicht den anderen Weg nehmen, den ich nehmen wollte eigentlich, oder? Weil da ist ja auch an der Burg. Naja, probieren wir jetzt doch den anderen Weg. Weil da müssen wir um den ganzen, um diese ganzen Klippenweg langlaufen beim neuen Lager. Soweit ich mich erinnere. Oder? Oder liege ich jetzt falsch? Ich weiß nicht. So, ich hoffe mal, der... Okay, er folgt uns noch gut. Was ist hier oben eigentlich? Sind da Orks oder nicht? Was ist an nicht zu nah an die Burg nicht zu verstehen? Och, Diego. So, jetzt versuchen wir es nochmal hier lang. Dann müssen wir halt echt den ganzen Pass rumlaufen. Das ist ja dann echt doof. So, vielleicht schaffen wir es hier über die Brücke. Das ist natürlich über den Fluss. Hat halt hier noch ein paar Orks zu kämpfen, wenn man das will. So, jetzt habe ich hier. Oh, das ist ein Elite-Krieger. Um eins. Boah, ich habe ihn gekillt. Hast du keine Tränke mehr? Mist, das hat keine Tränke mehr. Hier, nimm den Heiltrank. Trank. Da drüben waren noch Elite-Krieger. Oh ja, da sind noch Krieger. Jetzt schauen wir mal. Können wir mit dem schwimmen oder meckert er dann auch? Was denn? Hier können wir nicht weitergehen. Die Ork-Barriere ist zu gefährlich. Ich denke, es wäre besser, wenn wir wieder Richtung Westen gehen und einen Bogen zur anderen Seite machen. Ey, ist das dein Ernst? Du magst nirgendwo langlaufen. Hier können wir nicht weitergehen. Ja, ich möchte wieder zurücklaufen, du. Ork-Barriere. Okay, dann schauen wir mal, ob er hier lang will. Oh, nee. Sagt bloß, der Typ ist jetzt ein Bug drin. Nichts zu holen. Komm hier einfach mit. So, das kannst du doch, oder? Das geht, das freut mich. So. Und wenn wir jetzt auf der linken Seite langlaufen, was hältst du davon? Warte! Och, nee. Sag mal, hörst du mir nicht zu? Na, komm halt mit. Wir hätten von Anfang an einfach den anderen Weg gehen sollen. Dann wären wir schon längst da. Ich schick den gleich wieder zurück. Also, dann laufen wir halt echt den ganzen Weg außen rum. Wenn er das will. Wenn er das will. Dann laufen wir einfach da lang, wo die Waage waren, oder? Na ja, ist ja auch gut. Dann können wir ja schön Erfahrungen sammeln. Machen einen kleinen Spaziergang mit Diego. Das ist doch echt schön. Es ist bloß doof, dass es Nacht wird. Also, ich schaue nochmal kurz auf die Map. Ich meine, wenn wir dann da kurz abbiegen würden zu Kavalorns Hütte, würde es ihm ja auch nicht gefallen, weil das dann ja wieder an die Burg geht. Und hier sind zwar auch alles voller Orks. Vielleicht sagt er bestimmt nicht ins Ork-Gebiet. Super, der Schamane. Oh ja, der hat den selbst abgeschossen. So. So, verliert Diego nicht viel Leben. Boah, da geht's bloß runter. Boah. Sehr gut. Das war schön. Hier geht's halt echt ins Ork-Gebiet. Hier ist alles voller Orks. Wenn er das will, okay. Dann sammeln wir viel Erfahrung. Ich schaff mal bloß, wir haben genug Tränke, um mir was zu geben. Das ist in den Frieden. Hat er jetzt ernsthaft alle seine Tränke vorhin ausgetrunken? Oh nein, jetzt fängt es ja noch an zu regnen. Also mehr Pech kann man hier echt nicht haben. Nun gut, ich würde aber sagen, wir machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Wir sind ja schon ein bisschen weitergekommen, ne? Haben ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Dann geht's in der nächsten Folge. Ja. Ähm, weiter mit dem Sch... Mit dem Weg. Mit Diego. Der sich hoffentlich dann danach da weitertraut. So. Gut, also. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.